Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Nioh 2 Remaster. Die Zwielichtmissionen sind immer noch nicht an. Ja, wurden nicht freigeschaltet. Deswegen gehen wir mal auf die Suche nach etwas. Mumio? Hey, da hat uns wohl jemand eine seltsame Nachricht zugesteckt. Mal sehen. Sieht aus, als hätte jemand ein paar Worte mit einem Steinerwein plattgeschmiert. Wollen Freund suchen. Die Handschrift ist fürchterlich. Will uns ein Kind vielleicht nur einen Streich spielen? Nun ja, hier, nimm. Du kommst schon dahinter, was das zu bedeuten hat. Toll, danke Mumio. Sogar ein einst zu wohlhabendes Dorf ist von den Wirren des Krieges nicht verschont geblieben. Dabei war Yusanzakura, Yusanzukaru, ach egal, doch für seine edlenen Postpferde und Arbeitstiere bekannt. Es dauerte nicht lang, bis davon kaum mehr als eine Geisterstadt übrig geblieben war. Jetzt schleicht nur noch Yukai durch das einsame und verlassene Dorf. Die Kirschblüten, die im Frühling zur Freude der Dorfbewohner überall blühten, umgibt jetzt nur noch die verlassene Stille. Ach ja, Gozukui. Ach, da ist mir auch was eingefallen. Als ich die letzte Nebenquest hier gemacht habe, habe ich einen Titel bekommen, Gozukiki-Killer irgendwie. Allerdings hatte ich ja den Mitsuki umgebracht, weil Gozukiki war ja der Stier und Mitsuki war doch das Pferd. Und ich habe gegen das Pferd gekämpft und den Titel bekommen, Gozukiki-Killer. Also eigentlich wäre er dann ein Mitsuki-Killer gewesen. Voll seltsam. Sollen wir vielleicht erst mal mit unserem Toichiro reden? Hallo, na, ich rede gleich mit dir. Okay, hallo, kleiner Kerl. Aha, Ipontatara hat hier jemand umgebracht. Fängt ja super an. Oh, stimmt. Aber ich glaube, ich habe gar nichts zum Opfern. Blauregen. Warte mal. Hier kann auch einiges weg. Das kann weg. Das kann auch weg. Das auch. Das haben wir ausgerüstet. Oh, 1700 ist aber zu viel. Okay, gut. Stufenaufstieg. Mhm, nein. Aha. In Hero 1 bin ich nicht mehr auf Stärke gegangen, weil irgendwie skaliert hier die Axt mit Ausdauer. Macht natürlich auch mehr Sinn, weil so eine Axt schwer ist. Gut, hätten wir das, dann wo ist er da? Ipontatara. Kann ich das auch kaputt machen hier? Gucken wir erst mal hier. Och, guck mal. Hier ist ein Leiter. Oh. Och, ja. Du wirst nicht. Oh. Das nehmen wir natürlich mit hier. Ist mir hier alles ein bisschen dunkel. Das ist ja doch der Ipontatara. Daidara. Aber der gehört. Ach, da sind mehrere Gebiete. Ich habe noch etwas zu tun. Ich muss noch meinen Lundenschloss austauschen hier. Wir haben doch hier viel Bissere. Und zwar. Das da. Ich muss noch. Das ist ja auch. Da ist nein. Ja. Hey, komm zurück. Soll das? Ach, er war gar nicht schuld an der Vereklischung hier. Wer war denn schuld? Irgendjemand anderes ist schuld. Oh, ich bin mir schreckt. Oh, ich bin mir schreckt. Wie ist die denn? Nein! Oh, jetzt kann ich zu langsam. Ich bin mir schuld. Na, toll. Oh, da ist er. Komm raus hier. Hier sehe ich mehr. Ja. 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 Wir haben es immer noch nicht umgebracht. Hier aufpassen. Gehen wir hier hoch. Ach, gucke da. Hallo? Sag hallo. Du scheinst etwas zu wollen. Ich gebe dir was super cooles. Irgendwas super mega cooles. Ah, nee, nee, nee. Das alles schon mal nicht. Willst du mal ein super cooles Lundenschloss? Cool. Aber, jetzt haben wir immer noch das Problem. Dass ich nicht weiß, warum das hier eklig ist. Warum ist es hier eklig? Kleiner Kacki. Ach ja, die Damen sind hier alle zugegen. So schnell kann ich doch nicht zielen. Hallo? Hallo? Kommt der so viel aus. Alle Pfeile verschossen. Kommt der jetzt hier hoch? Kann der Treppen laufen? Hey, yo. Wer war das? Ach hier. Ach, ich hätte diese komischen Bomben bereit machen können. Können sie sich ganz vergessen. Wo bin ich hin, ey? Aber guck mal, sie macht schöne Blümchen. Wo? Oh. Der ist irgendwie aufgestanden. Schießpulverbombe. Oh, wir haben auch Amulette. Also. Oh. Bis zum nächsten Mal. Das hat sie jetzt aufgelöst. Sie war das Problem. Cool. Ja, das nehmen wir noch gern, wenn sie das Problem ist. Ist sogar kein Problem. Sie ist auch kein Problem. So, sind wir denn hier. Hä, was ist denn da drin? Achso. Hier ist auf jeden Fall niemand. Oh. Oh, ich kann hier zurück. Da ist eine Mietz. Die holen wir uns gleich mal. Hä? Oh, hallo. Scheint etwas zu wollen. Dann schauen wir mal, was wir jetzt für dich haben. 23. Ist aber besser hier. Hm. Holzschwert. Raufboldhelm. Nee, du kriegst einen Helm. Helm des Mino-Veteran. Hallo. Oh, hat die jetzt gezwinkert. Also bisher sind wir noch nie im Dach... Äh. Oh. Eingebrochen. Jetzt bin sie einfach mal hier hingegangen. In der Hoffnung, hier ist niemand. Ich gewinnàng viel. Wow. Kannst du es hin? Okay. Kannst du es hin? Ah, Mietz und ich sind super, Team. So, wir stehlen uns erstmal das hier. Jumi Langbogen. Wo ist denn meine Freundin, Mietz? Was ist denn noch da? Oh, Kiste. Oh, da draußen ist auch einer. Du bist gestorben durch Enki. Hier, komm ich da hin. Sag hallo. Hallo. Okay, ich scheine ja was zu wollen. Nein. Danke schön. Lampion Blumenfrucht. Nun gut. Da haben wir noch jemanden. Jetzt muss der es tun. Der ging mir voll auf den Sack irgendwie. Oh. Schade. Ach, der da oben. Hey, du arbeitest bei der anderen. Bin ich denn? Ich habe mich überhaupt nicht gesehen. Wir nehmen das hier erstmal und bringen das mal schnell zum Schreien. Die Seelenkerne wurden gereinigt. Metamorph Stufe 9. Nuri Onna. Ja, Onna waren nochmal die Frauen, gell? Schatzgespür, ne? Kampfschaden. Feindgespür. Oh. Oh, 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 oh. Feindgespür ist natürlich... Feindgespür. Feindgespür. Nee, das ist mir... Nee, 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 das kann man nicht machen. Mm-hm-hm. Chihuahua. Leben in Zugverdötigung. Nach Gattung. Hier, so. Yuki haben wir hier. Wir haben mehrere Yukis. Der hat am meisten Verteidigung. Ist halt auch der... Nee, ist nicht der Beste. Die minus 2,2. Okay, Fähigkeitsschaden. Nimm mal den hier. Aha, okay. Alles klar. Hier haben wir eben halt den Fähigkeitsschaden drauf. Kampfschaden, dunkles Reich, Enkigaki. Hier, Ipontatara. Mm-hm-hm-hm. Ausrüstungstrop-Rate. Yuki verlängert. Ja, hier mal zweimal. Ja, hier mal zweimal. Ewigkeitsschaden, plus 14. Boah, das haben wir bei ihm voll viel. Einäugiger Unigaki. Ähm, Eninra. Was haben wir hier? Lebensentzug, Feindgespür. Also wir brauchen auf jeden Fall dieses hier. Schatzgespür? Näh. Feindgespür ist schon cooler. Ich weiß nicht, dass sich da gar nichts ändert. Na, Kampfschaden und was hat der Gegner? 1,6 hätten wir dann. 4,3 Schatzgespür. Nee, Feindgespür brauchen wir. Gegner überschwemmen. Näh. Karasu Tengu. Den haben wir gerade. Warum haben wir den gerade? Hat war echt das Soldat gesehen im Kern? Sollen wir die Maus tauschen? Wie viel hat er denn? Der braucht Einstimmungskosten 4. Kann ich das nach Einstimmungskosten? Ja. So. Ja, das ist natürlich, ähm, Eninra. Hier, sie. Sie hat Feindgespür. Wieso ist denn der Abweich-Soldat so stark? Kannst du doch nicht machen. Ich könnte meinen Mezuki austauschen. Aber ich will gar nicht. Hm. Na, nee. Ach, mein Mezuki hat halt neun. Ich brauche ne andere Waffe, die genauso, äh, äh, ich weiß noch nicht, lass es erst mal so. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind heute auf die Suche gegangen nach kleinen Gudamas, glaube ich. Wir haben auch schon einige gefunden. Habt einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020